Die Firma Wolfgangs hat ein neues Messer rausgebracht. Wolfgangs hat eine Vielzahl an Messer speziell für den Outdoor- und Survival-Bereich im Portfolio. Mit dem Hunter haben sie jetzt ganz neue Messer speziell für uns Jäger im Programm. Und ich hatte jetzt die Ehre und durfte das gute Teil die letzten Tage mal testen. Zunächst gibt es mal auch Details zu dem Messer. Das Messer hat eine Klingenlänge von knapp unter 12 cm und darf somit in Deutschland legal geführt werden. Der strukturierte Griff liegt angenehm in der Hand und bietet den sicheren Halt. Das Messer gibt es in zwei Farbvariationen. In orange mit schwarzer Klinge oder in grün mit silberner Klinge. Ich habe mich natürlich für die orange Version entschieden, denn ihr wisst schon, wenn das gute Stück mal runter fällt, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn man es nicht mehr sieht, ist es schnell mal vergessen. So wie zum Beispiel mein Pirschstock. Den hätte ich mir vielleicht auch in orange bestellen sollen, denn der ist seit der letzten Pirsch verschwunden. Ich hatte das Messer zuletzt bei einigen Reviereinsätzen mit dabei und ich muss sagen, ich war extrem überrascht, wie das Messer nach so manchen feinen und auch gröberen Schnitt immer noch scharfer. Sei es zum Schwammerl suchen, ein paar Triebe ausschneiden oder auch zum Aufbrechen. Das Messer war am Ende immer noch scharf. Zu haben ist das Messer direkt bei Wolfgangs im Onlineshop zum Hammerpreis von 19,90€ und mit dem Rabattcode TOM10 könnt ihr nochmal 10% sparen. Ich verlinke euch das Ganze auch unten in der Videobeschreibung und wenn du über den Link was bestellst, dann kriege ich nochmal eine klitzekleine Provision und ihr müsst dadurch keinen einzigen Cent mehr zahlen. Bei Wolfgangs findet ihr natürlich auch noch Zubehör für Messer, zum Beispiel ein Messerschärfer, sollte dann die Klinge doch mal nachlassen. Oder für ganz Hartgesottene haben sie auch einen Feuerstein, denn wenn es im Holz draußen mal wieder länger dauert, dann könnt ihr euch schön ein kleines Feuer machen und müsst nicht frieren, wenn ihr die Nacht da draußen verbringt. So, das wärs soweit für heute. Ich danke euch fürs Reinschauen, machts es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!